Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost in the Shell Standalone-Komplex First Assault Online. Zusammen mit dem Olli N. Hallo. Und als Gast ist auch wieder dabei der Black Wolf. Black Wolf Games Like Music. Natürlich Games Like Movies. Was denn sonst, ey? Da hinten ist einer. Und hinter uns auch. Oh Gott. Das lief ja jetzt echt glorreich. So, Seppuro-Time, Bitches. Seid ihr wahnsinnig? Ich spawn direkt vor so einem Geschützturm, ey. Was für ein Mist. So ein guter Punkt. Läuft auch. Und ein Headshot verteilt. Das finde ich gut. Olli, ich bin direkt hinter dir. Nice. Pass auf. Pass auf. Ha! Den habe ich mitgenommen. Ja. Oh, hinter uns. Ja, hinter uns. Überall. Da sind wir beide schön nebeneinander. So. Na, ich bin hinter dir. Komm, wir gehen mal. Ah, da ist ein E-Kinder. Ah, ja, ok. Oh Gott. Ich hab da was für euch. Dankeschön. Ich hab da was für die Geek. Oh, shit. Links. Ja, genau. Hatte ich ja viel von meinem Skill-Sync, ey. Ah, Drohnenkill. Hatte ich gerecht. Ah, shit. Das war Ärgerlich. Das war Ärgerlich. Ruhe nicht, mein Vater. Hallo, aber Ruhe. Hi. Ich bin gerade hinter einem Turret. Achtung. Ja, hab ich schon. Ok, der Turret. Ah, fuck. Von hinten. Draußen geht es aber auch ganz schön ab. Es wettert ordentlich. Jetzt habe ich rausgeschaut, shit. Macht nichts. So, ich komme zu euch. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich da bin. Lasst dir Zeit, lasst dir Zeit. Wo haben sich denn die ganzen Gegner versteckt? Wo haben sich denn die ganzen Gegner versteckt? Ah, da. Mhm. Da. Ah, jetzt muss ich mir auf das Nachladen wieder angewöhnen. Ja, furchtbar. Ah, fuck. Jetzt wollte ich gerade den Skill-Sync machen. Voll im falschen Moment. Ah. Kennt man doch. Ah. Alter, ey. Die kommen aber gerade auch von überall. Ich war jetzt gerade mitten zwischen den beiden Fronten gefangen, ey. Aber volle Kanne, ey. Das ist, das ist bitter. Das war jetzt gerade schon extrem sick. Ah. Ah. Da hat mich der... Habe ich den... Den, der den Turm aufgebaut hat, habe ich mitgenommen. Aber der Turm hat mich nicht... Ja, es ist cool. Ah, dann sind wir wieder alle drei zusammen. Der Turm steht aber auf echt beschissene Position, ne. Von hinten, ne. Vorsicht, EMP. Da ist wieder ein EMP. Ah, shit, ich habe immer noch irgendwie... Oder sowas. Ah. Probieren wir mal MP5. Die zwarmen uns ganz schön ordentlich, diese Wichser. Aber so schlecht steht die Bilanz eigentlich gar nicht. Also die 200, die wir hinten liegen. Na ja. Na ja. es geht schon war schon mal schlimmer als schrift mp5 ist heute auch nicht meine waffe ja das ist das ist ein bisschen schade bei den bei den team deathmatches dass teilweise also die die keine festen seiten haben dich null darauf einstellen kannst wo ein gegner ist ja das stimmt schon und ist halt auch schade dass es da keine kein regenerierenden herz gibt immerhin war der assist noch da wieder so ein drecks turret dünner kill dünner kill ja noch einen doppel kill kommt ein schöner vollkommen logisch ich habe da mal was für euch habe ich mir schon gleich gekrallt wie ich bin und die gegner uns eine granate zu kommen lassen ja ach das war auch ein gegner ich dachte das war ein von uns fack schön oh hallo bist du bei mir ne beim black wolf games like music ja lol der eine der eine hat jetzt da hinter uns in dieses lager von gegnern mal seinen armlauncher reingehalten ja sehr gut ich glaube ich hatte sogar den letzten kill alter volles gewitter draußen ja der hat wahrscheinlich jetzt mit dem armlauncher auch seinen ja der hat vielleicht fünf Leute auf einmal umgebracht jetzt damit nicht schlecht nicht schlecht vielen dank fürs zuschauen vielen dank black wolf fürs mitspielen wie gesagt checkt mal seinen youtube kanal aus ist ganz nice wenn man sich halt einfach mal ein spiel unkommentiert anschauen will und vorspielen lassen wird wenn man die story mitbekommen möchte genau hey mvp ich bin der most valued player wir sehen uns am morgen wieder würde ich sagen haut rein ihr lieben tschüss bis dahin tschau 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 bis dahin tschau